Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Burkina Faso, Ausstrahlungsverbot für BBC und Voice of America. Die Regierung in Burkina Faso suspendiert die Ausstrahlung von BBC und Voice of America. Die Regierung von Burkina Faso hat den britischen Broadcast Corporation, BBC und Voice of America, VOA, vorübergehend eine Ausstrahlungssperre auferlegt. Das wurde am Donnerstag, den 28. März, von der Burkinischen Kommunikationsaufsichtsbehörde bestätigt. Die Ausstrahlung der beiden internationalen Sender wurde mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Das staatliche Medienaufsichtsgremium teilte mit, dass die Sperre so lange in Kraft bleiben wird, bis die beiden Organisationen die Verpflichtungen gegenüber dem burkinischen Staat erfüllen. Die genauen Bedingungen, die die BBC und VOA erfüllen müssen, wurden nicht detailliert nicht veröffentlicht. Jedoch wurde darauf hingewiesen, dass die beiden Organisationen gegen die Regeln und Prinzipien der Rundfunkverbreitung in Burkina Faso verstoßen hätten. Dieser Schritt ist von besonderer Bedeutung, da beide Medienorganisationen in Burkina Faso eine wichtige Informationsquelle darstellen. Viele Bürger des westafrikanischen Landes sind auf internationale Sender angewiesen, um unabhängige Informationen über die politischen Entwicklungen in ihrem Land und darüber hinaus zu erhalten. Die Ausstrahlungssperre der BBC und VOA wurde von mehreren internationalen Presseorganisationen scharf kritisiert, da sie als Angriff auf die Medienfreiheit gewertet wird. Dieser Schritt der burkinischen Regierung ist ein klarer Angriff auf die Pressefreiheit. Es ist unerlässlich, dass der Zugang zur freien und unabhängigen Berichterstattung im Burkina Faso gewährleistet bleibt, so die Vereinigung Reporter ohne Grenzen, ROG, in einer offiziellen Stellungnahme. Die Reaktion der beiden Medienorganisationen steht noch aus. Jedoch haben sie angekündigt, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun würden, um die Ausstrahlung ihrer Programme in Burkina Faso so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Quellen Informationen basieren auf Berichten der Kommunikationsaufsichtsbehörde von Burkina Faso, Stellungnahme der Reporter ohne Grenzen geschrieben von Anita Farke, Freitag, 26. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.